Der Tag war schon was Besonderes, also der Drehtag. Wir haben angefangen und haben mit einem Atelier mit ein paar Leuten ein bisschen was getrunken, ein bisschen erzählt darüber das Lied, ihnen das erste Mal das Lied präsentiert, quasi so eine Vorveröffentlichung und danach sind wir dann quasi in den Club feiern gegangen und haben auch dort testen wollen, wie das Lied ankommt. Wir haben ja auch dort gefilmt und es war ja auch viel vorbereitet und es waren auch dort viele geladene Gäste, auch Komparsen, aber es haben sich ja auch ein paar ganz normale Leute dort verirrt. Und die waren am Anfang schon ein bisschen irritiert, als sie die Kamera gesehen haben, als sie auch uns gesehen haben, man weiß ja nicht wie Leute auf jemanden wie uns dann reagieren, ob sie dann eingeschüchtert sind oder was dann überhaupt los ist. Es wurde immer ein bisschen Platz gemacht, als die Kamera kam, aber das hat sich dann abgebaut und eigentlich haben sie sich auch gefreut uns zu sehen. Und ja, es war schön und gerade das Vorträgen in dem Atelier, das war auch eine ganz muckelige Stimmung und wir hatten dort halt wirklich auch viel Spaß und auf der Party selbst ging es halt auch rund. Und da hatten mich Gemüse und auch das Lied gezeigt, dass es reif ist, um auf einer Party auch gefeiert zu werden. In your songs you give us the chance to take a closer look into your inner life, your soul. What does the song Fährt, U-Boot, Egal mean to you personally? Ja, mit Fährt, U-Boot, Egal beginnt für uns auch wieder ein neuer Lebensabschnitt. Jedes bisherige Lied war auch wirklich an einen Lebensabschnitt gekoppelt. Jedes Lied war ein Lebensabschnittsgefährte quasi. Wir haben wirklich dann das Lied auch gelebt. Von Mischgemüse bis über, gut, Taubel oder eher weniger, aber auch hier unser Liebeslied, das ganze Programm. Und jetzt fährt U-Boot, egal, es ist wieder ein neuer Lebensabschnitt. Die Frage ist, was kommt als nächstes? Wo bewegen wir uns als nächstes hin? Das ist eine Frage, da sind wir sehr, selbst sehr gespannt drauf. Es ist jetzt mehr Strom. Mal sehen. Vielleicht machen wir wieder was anderes. Warten wir es einfach mal ab. Ja, wir machen jetzt mehr Elektro. Wir haben vorher mehr so Hip-Hop-Beats gemacht. Jetzt machen wir Elektro, weil wir wurden auch von kleinen Jungs gehört. Und das wollten wir nicht. Wir wollten uns abgrenzen. Wir wollten mehr Elektro machen, auch mit Strom mehr. Benzin und die ganzen Fördersachen, Elektro-Geschichten aus dem Erdinneren hier. Kohle und so. Wir wissen, Strom rein mit Strom. Textlich haben wir uns auch mehr abgegrenzt zu ganzen Hip-Hop-Sachen, die wir gemacht haben. Das sind ein musikalisches Kameenläuten. Wir wollen auch vielleicht dann nochmal mit dem Münchner Sinfonieorchester zusammenarbeiten und dann da irgendwie was machen. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen mehr Strommusik. Ja, ja, der Text spricht für sich selbst. Ja, man stellt sich das mit so einem Videodreh auch immer recht leicht vor. Ist es aber gar nicht. Ich meine, ihr müsst hier nur mal dran denken, an was man alles denken muss. Die ganzen Komparsen, die da tanzen, die DJs, auch noch eine andere Musik, das Buffet. Es muss auch noch eine Partystimmung aufkommen. Das heißt, da muss den Leuten auch noch ein bisschen was bieten. Ja, und dann sind die auch mal ja eingeschüchtert, wenn sie mit Leuten zusammenarbeiten, die sie auch schon kennen. Ja, ähm, ja, also das war, das ist ein immenser Aufwand. Und es hat uns unglaublich viel Geld gekostet, diese Party zu organisieren. Wir brauchten auch nur eine Location. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man das Video sieht, es hat sich echt gelohnt, ne? Das zu investieren. Mr. Mütze, your new music is very different. You're bringing it to a whole other level. Äh, how comes that? Ja, Ferd-Uberregal verbindet ganz neue Elemente in der Mischgrüße-Brot-Pipeline. Ähm, Mischgemüse goes public, ja, Mischgemüse, die vorherigen Lieder. Mischgemüse, Mischgemüse, äh, unser Liebeslied. Das war alles so ein bisschen mehr im Close-Circle, im hermedischen Zirkel. Aber jetzt mit Ferd-Uberregal, geht Mischgemüse, geht in die Öffentlichkeit. Verbindet Mikro-, Makro-Ebene. Und in unserer Produkt-Pipeline, als wir das Lied geschrieben haben, haben sie richtige Bäume gebildet. Und, was ganz interessantes bei der ganzen Sache, deine Mutter ist trotzdem dabei. Danke für die Interview. Ferd-Uberregal. Soon in your music store all across Europe. Und, was ganz interessiert? Ja.